Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 22. Mai. Vier Sammelunterkünfte für Flüchtlinge in Dietzhölztal. Gießener Startup entwickelt Fleischersatz aus Biertreber und sinkende Energiepreise für Verbraucher. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wo die geflüchteten Menschen, die der Landil-Kreis der Gemeinde monatlich zuweist, unterbringen? Vor dieser Frage stehen derzeit alle Kreiskommunen und als Lösung werden fast überall Sammelunterkünfte in Containern angedacht. In Dietzhölztal sollen anstelle einer großen vier kleinere Einheiten für bis zu 30 Personen für eine Entspannung der Lage sorgen. Noch hat die Gemeinde sich einen Puffer von 29 Plätzen geschaffen, der Luft schafft für zwei oder drei Monate. Für die Sammelunterkünfte hat die Verwaltung drei mögliche Standorte ermittelt und einen vierten Angeboten bekommen, in Eversbach ein Teil des sogenannten Rosenberger Parkplatzes. Für die Vorbereitung veranschlagt die Verwaltung rund 7.500 Euro. In Mandeln eine Fläche unterhalb des Sportplatzes. Die Vorbereitung würde 17.500 Euro kosten. In Steinbrücken die Klinkenwiese am Ortsausgang in Richtung Eversbach. Die Kosten belaufen sich auf rund 65.000 Euro. In Eversbach bietet die Firma FK Immobilien die Fläche des ehemaligen Hotels Wickel zum Mietpreis von 4.000 Euro pro Jahr an. Die Vorbereitung würde 2.500 Euro kosten. Pro Standort kalkuliert die Gemeinde mit Kosten von rund 200.000 Euro für einen Zeitraum von zwei Jahren. Vom Kreis gebe es die mündliche Zusage, die Kosten zu übernehmen und auch die Einrichtungen zu betreiben. Mit der Wiedereröffnung der Techno-Disco hat Betreiber Christian Minke zu Beginn des Jahres für eine echte Überraschung gesorgt. Mit seiner Entscheidung hat er sich gegen den bundesweiten Trend des Klubsterbens gestellt. Entgegen allen Widrigkeiten sind die ersten sieben Veranstaltungen nun Geschichte. Und offiziell hat sich die Techno-Disco in Wetzlar vor etwas mehr als einer Woche in die dreimonatige Sommerpause verabschiedet. Betreiber Minke zieht ein positives Zwischenfazit, insbesondere die erste Party am Faschingswochenende habe mit Blick auf die Anzahl der Gäste alle Erwartungen übertroffen. Insgesamt, so Minke, seien die durchschnittlichen Besucherzahlen in etwa auf dem Niveau von alten Zeiten. Das Ordnungsamt der Stadt Wetzlar berichtet auf Nachfrage der Redaktion allerdings von zwei Personen, die sich aufgrund der Lautstärke mehrfach beschwert haben. Dass die Lage vor Ort mit Blick in die Zukunft wohl eher schwieriger als einfacher werden wird, ist Minke bewusst. Noch in diesem Jahr sollen Dutzende Eigentumswohnungen am Lahnhof fertiggestellt werden, die teilweise nur wenige Meter von dem Eingangsbereich der Techno-Disco entfernt sind. In deutschen Brauereien entstehen jährlich etwa zwei Millionen Tonnen Biertreber. Dabei handelt es sich um die Rückstände des Braumalzes, die oft als Futtermittel in der Landwirtschaft verwertet oder entsorgt werden. Elvira Bechtold, Monika Zerniaus-Keite und Isabel Ernst entwickeln mit ihrem Startup-Reestart aus diesem unterschätzten Nebenprodukt veganen Fleischersatz. Dafür bekamen sie gerade beim Start-Me-Up-Capital-Contest von Justus-Liebig-Universität, JLU, Technischer Hochschule Mittelhessen, THM und Marburger Philips-Universität den Publikumspreis und weckten das Interesse gleich mehrerer potenzieller Investoren. Entscheidend sind die Alleinstellungsmerkmale. So sei der nachhaltige Ansatz, der den Biertreber einem neuen Lebenszyklus zuführt, einzigartig. Außerdem steckten jede Menge wichtige Nährstoffe in diesem Superfood, der Biertreber sei reich an Ballaststoffen und verfüge über einen der höchsten Proteingehalte unter den Wettbewerbern. Gestalt angenommen hat die Idee bereits während des Studiums. Eine mehrmonatige Pilotphase hat Restart schon absolviert, das Team peilt den Markteintritt für Ende dieses Jahres an. Der Arbeitgeberverband Pflege hat einen politischen Vorstoß für die bessere Versorgung mit Pflegeheimplätzen gestartet. Analog zu dem seit Jahren geltenden Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz fordert der Verband ein gesetzlich verankertes Anrecht auf einen Platz im Pflegeheim. Dieser Anspruch würde den politischen Druck erhöhen, um die Herausforderungen der Altenpflege anzugehen. Schätzungen zufolge wird es in Deutschland bis 2030 6 Millionen Pflegebedürftige und Bedarf von 300.000 Pflegeplätzen geben. Ob diese auch gebaut werden, wird in der Branche allerdings bezweifelt. Seit 2016 habe sich die wirtschaftliche Lage der Pflegeheime stetig verschlechtert, so der Arbeitgeberverband. Und zum Schluss ein Blick aufs Thema Energie. Die sinkenden Preise an den Energiebörsen kommen nach einem Medienbericht auch bei den Strom- und Gaskunden der örtlichen Grundversorger an. Wie die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf das Vergleichsportal Verivox berichtet, senken im Mai, Juni und Juli insgesamt 91 Strom- und 80 Gasfirmen ihre Tarife. Strom wird demnach im Schnitt um rund 14 Prozent günstiger, Gas um 23 Prozent. Grundversorger ist der Energieversorger, der in einem Netzgebiet die meisten Haushalte mit Strom und oder Gas beliefert. Die Rekordpreise der Energiekrise seien vorbei, insgesamt jedoch bleibt das Preisniveau hoch, heißt es demnach in der Analyse. So liegen laut Verivox noch immer knapp 80 Prozent aller Strom und fast 90 Prozent aller Gastarife in der Grundversorgung über den Preisbremsen, die seit Januar gelten und die Bürger bei den Energiekosten entlasten sollen. Für Strom beträgt dieser Preisdeckel 40 Cent je Kilowattstunde, bei Gas 12 Cent. Zahlen Kunden höhere Preise, übernimmt der Staat die Mehrkosten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de. Wir on den 4-9-istellenHelp.de. Eben. Wir haben es independen!